Ich kann die nicht leeren. Was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Was habe ich nutzlose Neidwieschengagels? Kann ich damit vielleicht, wenn es Nacht wird, das verbrauchen oder so? Ja, es ist noch nicht Nacht. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, was ich damit... Nein, 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 leave the bed. Leave the bed. Ich wollte nicht, dass es Tag wird. Ich möchte, dass es Nacht wird. Ähm, ja, tut mir leid, aber da muss ich jetzt mal eben Mr. Google fragen. Und zwar nach... Oh, ich bin nicht erschrocken. Nach Monster... Industrial Craft... Äh, wo ist das? Da. Und dann nach... Ist das unter Armor? Nein, aber... Das kann ich so nachgucken. Äh... Ähm... Ed... Und ich... Upgrade es... Which... Okay, es soll mir Night Vision geben, gut, dann Ich habe keinen Stonebrick, ich nehme einfach Erde und grab nicht mal hier ein, mal gucken, ob es klappt, zack, nö, scheiße Hm, da kann man leider nichts machen, um das Ganze wieder zu entschärften Tut mir leid, aber da habe ich jetzt keine Ahnung, wie man das Ganze wieder beheben kann, außer natürlich Das da Back Und dann gehen wir mal, ach ja, den kann ich ja gar nicht jetzt Da und der kommt weg Dann wird das nämlich direkt wieder umgewandelt Und wir haben ein leeres Teil So, ich hoffe, mit dem funktioniert das Wenn nicht, haben wir ein richtiges Problem Äh, so, so, so Nein, es funktioniert auch so nicht Ich wette, da fehlt mal wieder irgendwas Was man sehen sollte Ein Energy Crystal Plus Carbon Plates Plus Night Vision Energy Crystal Carbon Plate Juhu Juhu Night Vision Goggles Energy Crystal Carbon Plates Okay Das funktioniert scheinbar nicht Erstmal ab Weg damit Scheiße So, was könnten wir noch machen Äh, ja, dieses Ethnic Sword Und die Erosionsschaufel Die wollte ich gerne machen Kann ich aber nicht Oder zumindest noch nicht Das würde ziemlich lange dauern Äh, die Sonar Goggles auch Magnum Torch Hatte ich was nicht Äh Was könnte ich denn machen Solar Helmet Ein Solar Helmet Dann habe ich aber zu wenig Rüstung Ah Und ein Quantum Chest Plate Kann ich auch noch nicht machen Ähm Oder Äh Ich möchte mal gucken Ob wir noch eine Needle Gun haben Ob die noch hier drin ist Äh Ja Oh Okay Magma Cream Haben wir nicht Aber Das könnte man Mal eben so machen Und dann Needle Gun Magazine Twelve Rounds Four Rounds Geil Lava Sludge Swirl Fire Einzel Okay Geil Man kann hier auch Plastik Four Rounds Four Rounds Four Rounds Four Rounds One Round Okay Ja Ja Dann würde ich sagen Äh Alles Weg Was wir nicht mehr brauchen Und dann gucken wir uns mal kurz Sagen wir auf Life And Nether Und wenn Wenn Ich dann das nicht schaffe Dann habe ich Einfach nur Gefällt Und muss alles von neu machen So Du kommst Hier oben hin Okay Schön dass ihr hier seid Gut dass ich so gut wie gar kein Essen mehr habe Ja ich würde sagen bevor ich das mache Mach schon nochmal kurz einen Ausflug Zum Meinem geliebten Ähm Karottenfeld Komm gib Gas 200 Meter Schüuuh 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 Potatoes sind natürlich noch besser, gebratene Kartoffeln oder gebackene Kartoffeln, natürlich das beste was es gibt, so langsam wird es auch wieder Tag, ok die ziehen mir schon ganz schön was an Leben ab, oh Creeper, alle sterben außer ich, wie wirscht er dich, so kann man Magma-Cream irgendwie anders noch herstellen, denn Never Moon ist nicht gerade so mein Favorit muss ich ehrlich sagen, gucke ich jetzt mal, wenn ich zu Hause in Sicherheit bin mal nach, äh, nein, hier, Magma-Cream, kann man aus Magma-Essenz machen, super, aus dem Sla-